Musik Hey ho, Minecraft-Freunde Herzlich willkommen zu meiner neuen Runde mit Bad Wars Mit dabei ist der, ähm, J4-Kombo Ja, wir haben schon versucht ein paar Runden aufzunehmen Aber da waren immer solche Abfucker drin Die Leute kann ich so gar nicht verstehen Wieso machen die das? Ja, frage ich mich auch Wieso machen die das? Ey, warte, mach mal so Was mach mal so? Warte Ey, da ist ein roter Ach, das bist du Was mach ich? Okay, dann werden wir natürlich gewinnen, ne? Ich werde jetzt gemutet oder sowas? Bestimmt, ähm, haha, als ob Die glauben das nicht, ne? Ne, als ob Wir werden aber gewinnen hier Wir werden sowas von gewinnen und gewinnen auch Wenn wir schon aufnehmen Wenn wir schon aufnehmen Nein Er hat mich runtergeschlagen Ja Was war das? Nein Nein Ich lebe noch, ich lebe noch Nein, ich bin tot Ach, Menschel, Menschel, Menschel Er toffe LPs wieder online Aha Boah, ich dachte schon, da kommt jemand Ähm So, wieder ein paar Blöcke Und jetzt rush ich die direkt wieder Äh, ja, ich auch relativ Ein paar, ein paar, ja Ich bin eigentlich so ein Washer-Typ, sag ich mal Rush immer Ich equippe mich höchstens einmal Wenn ich dann sterbe, dann rush ich nur noch Ja, weil ich dann keinen Bock mehr habe, mich zu equippen Ja Jemand kriegt mich Stierbst du? Nein, soll ich mitkommen zum Waschen oder bist du schon? Ja Ja, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich Schaffst du das? Schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich Ja Bester Mann hier Würde ich mal sagen Schon allein wegen diesem Kill müssen wir jetzt Ach, schau das Mitsingen Okay, danke Hä, wieso habe ich hier YouTuber-Rang? Habe ich dir gerade gegeben So Ich denke, hä? Was? Ist das jetzt erst aufgefallen? Ja Ich dachte so, hä, ich war hier da noch nicht drauf Wieso habe ich jetzt hier YouTuber-Rang? Wir sind rot, ja, ach wir sind rot, ne? Ja, wir sind rot Ne, weißt du, wir sind, ähm, lila Wir sind lila, ne? Hä? Wusstest du das noch nicht? Ne, wusstest du das noch nicht? Ne, wir sind lila Ja, da gibt's Zu wem, warum hast du jetzt? Ich komm mit dir Ach, du wusstest nicht Ich? Grün Ja, ich bin hinter dir Ne, hä, wieso, hä, wieso schlägst du mich hier weg? Grün, wenn wir grad zu Gelb rennen Hä? Ach ne, das war andersrum Warum schlägt der Gelb mich runter, wenn wir zu Grün rennen? Nein, der hat einen scheiß Knüppel Was? Wow Der hat einen scheiß Knüppel Nein, 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 ich bin tot Schade, ich war knapp Ja genau, du kannst wahrscheinlich immer nur Automatik, oder? Bitte? Du kannst wahrscheinlich immer nur Automatik Ja, jetzt hab ich keinen Bock mit mir zu Du hast gesagt, was stört Ich war schon einfach Scheiß Knüppel Nein, du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht Oh, danke, jemand hat mir eine Brust gegeben Level 2 Brust? Hattest du noch nie eine? Ne Ach, schade Ich werde nochmal mich wiederholen, wir nehmen ihn auf, lasst uns gewinnen Genau Gleich kriegst du den Permaband von Combo Ja Dann mach ich mir erstmal schon mal einen Account und dann Dann kriegen sie alle hart auf die Fresse Ich bin einfach hinter dir Ach stimmt, ich muss mich hier gar nicht noch bauen Ne, das wurde gefixt Oh, doch mal eine Leiter hoch Hm, klar, das lohnt sich auch echt Hab ich So, Leiter steht Leiter ist oben Jetzt kommen wir immer wieder hin ohne Blöcke Oh, ich schaff das sogar zuaschen, glaub ich Nein, die haben das Bett eingebaut Fuck, hätten die das Bett nicht eingebaut, hätt ich's geschafft Was machst du da eigentlich mit deinen Küchengeräten? Mit was? Das klingt immer so, als ob du irgendwie so einen Topf anstoßt oder so Was? Okay Dann, dann Dann komm ich mit einem Ellenbogen gegen, was? Ja, war ein Gelber Ich betone wahr Hat jemand schon mal so an sich zwei Unter Bett eingebaut? Ja, oh, 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 oh Ich wollte gerade sagen, er trifft mich einfach von nicht Immer hat er mich getötet Okay, ich hol mir mal eine kleine Spitzehacke. Immer sehr gut. Dann, guck hier, unsere Treppe, zack, bisschen hoch sprinten und dann sind wir auch schon bei grün ist das. Ja, ich weiß, aber sollen wir zu grün gehen oder erstmal ein bisschen Gold sammeln für den Bogen? Oh, der hat mich nicht gesehen. Nein, ich hätte es beinahe sogar noch geschafft. Ja, ja, die grünen, die sind nicht so schlimm. Ich gehe jetzt so lange auf grün, bis ich grün kriege. Ja, aber die kriegst du aber nicht. Doch, die kriege ich, weil die ist aufpassen. Weil die sind mittlerweile One-Hit. Der hat ein Eisenschwert. Aber wenn er mich übersieht, dann... Ja klar, ne, der ist blind. Oh, ich hab's gerade schon beinahe einmal geschafft. Oh, das Bett von Team Gelb ist unser Bett. Nein, ist nicht unser Bett. Was lach ich da eigentlich? Diesmal ist die Runde unser Rekord. Komm, ich hol mir mal hier ein bisschen Gold. Oh, der Grün ist momentan nicht, doch der ist zu Hause. Oh, der Grün ist nicht so groß. Drei. Ja, 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 nein! Nein, ich wäre schon wieder beinahe drüben. Bist du tot? Ja, ich helfe aber nicht zur Wahl. Ich komme jetzt im Bogen. Nicht, ich wasche die so lange, dass die... ...ja, wenn möglich runterfallen. Oh, nice. Ich bin drüben. Okay. Aber du wirst jetzt abkacken. Ach, das ist ja nur noch... Nee, in Team Gelb blieb noch einer. Komm, komm, komm. Wer wird hier abkacken, hä? Wer wird hier abkacken? Oh, bester Mann hier. Ja. Jetzt hab ich mir hier einen Bogen gekauft in Alit. Und dann machst du das Alit für mich. Okay, Team Gelb geht jetzt... Also der Letzte von Gelb geht jetzt erstmal noch schön zu Grün. Geht aber nicht weit kommen, weil er runtergefallen. Ähm, wer lebt denn noch? Ja, es lebt noch von... Ulm. Es lebt ja noch Grün. Ja, hab ich doch gesagt. Was? Hast du mir nicht zugehört? Wo? Ja, aber kein Bogen grün, oder? Nee, ich wasch die jetzt einfach so. Ich auch. Ich komme nicht durch. Ja. Ist doch klar. Ich dachte, ich schlüpfe im letzten Moment noch durch und dann ist einfach ein Bluck zu viel. Wow, nein, 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 nein. Ich bin tot. Nee, verdammt. Aber der hat nicht mehr viel. Okay, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Das Bett brauchst du jetzt nicht mehr abzubauen, ne? Ja, alles. Oh, er läuft jetzt zum Bettdach da hinten hin Stimmt, das wird wirklich so klingen Wer sieht mich nicht Es lebt ja wirklich nur noch einer Ja, ich weiß Das hast du ja auch schon gesagt Ja, warte, den kriegen wir jetzt Aber da baut sich einer zu uns hier so Hast du einen Bogen? Ich brauche jetzt einen Bogen Das wäre natürlich das optimalste Ja, 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 ich kann mir einen Bogen holen Okay, jetzt geht es um Beeilung Weil der baut sich nämlich zu uns Der ist runtergefallen Jetzt echt? Ja, gut Ich gesagt, GG Hä, ich wiederhole mich? Ja, das habe ich auch ganz oft Dann musst du hier oder so Oder nicer, nicer Ja, so wie ich Dann würde ich sagen, wie lange nehme ich auf? Hast du irgendwie den Umbau überblick? Ne, das reicht aber für diese Folge Ich möchte diese Folge leider nicht so lang haben Aber das war es auch schon für eine knackige Folge Ähm, von Bad Wars Ähm, und zwar Dann würde ich sagen, dann war es das für dieses Video Wenn es euch mal hat, lasst einen Daumen nach oben da Bis zum nächsten Mal Und tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.